Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5437 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schaffe das. Ich bin in Topform. Wir gewinnen das Spiel. Ich schaffe das. Ich bin in Topform. Wir gewinnen das Spiel. Ich verbringe die halbe Nacht im Studio und arbeite an meinen Songs. Ich verbringe die halbe Nacht im Studio und arbeite an meinen Songs. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Die Steine sind auf der Baustelle gestapelt. Sie kommen morgen zum Einsatz. Heute morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Vielleicht änderst du dann deine Meinung. Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Vielleicht änderst du dann deine Meinung. Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Vielleicht änderst du dann deine Meinung. Sicherheitsmitarbeiter erkennen verdächtige Aktivitäten. Sicherheitsmitarbeiter erkennen verdächtige Aktivitäten. Sicherheitsmitarbeiter erkennen verdächtige Aktivitäten. Ich bitte darum, dass mein Mann bald wieder gesund wird. Hast du schon einmal mit einem Trennschleifer gearbeitet? Der dunkel gekleidete Mann kommt mir unheimlich vor. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren.